2025, das hat die Erde noch nicht erlebt. Ich habe für euch schon viele Prophezeiungen eingeholt oder energetische Tendenzen, aber das habe ich selbst noch nicht erlebt, das möchte ich gleich zu Beginn sagen. Erstens haben mich die Prophezeiungen überrollt, und zwar in der Masse, was sich alles tun wird. In der Vielfalt, was sich alles tun wird. Und ganz ehrlich, es ist für alle irgendwie ein Entwicklungspotenzial dabei. Fühle, wenn du dir das jetzt anhörst. Wir werden dieses Video in drei Teile einteilen. Es ist ein Video, aber mit drei Teilen. Und zwar der erste Teil ist energetische allgemeine Tendenzen. Im zweiten Teil findest du dann wirklich, was sich manifest macht auf der Erde. Das heißt, auch mit ganz vielen Entscheidungen und Gesetze und Zensur und was nicht alles kommt. Und im dritten Teil findest du tatsächlich die monatlichen Tendenzen mit der energetischen Würze, würde ich fast schon so sagen. Ja, na gut. Die allgemeinen Tendenzen. Das Jahr 2025 ist das grande Finale für sehr viele Themen. Finale vom Prominenten. Die verschwinden. Finale von China. Finale von bestimmten Kryptowährungen. Finale der alten Energetik. Finale der unnatürlichen Show. Finale der Unterdrückerrolle. Also alles oder jeder, der so in dieser alten Machtposition noch sein möchte und andere unterdrücken möchte. Und auch die USA wird hier hinzugezählt. Es ist auch das Finale, dass es Bewusstsein und Energetik nicht gibt. Willkommen. Also lass uns beginnen, denn für uns Mediale, für uns auch Sensitive ist das ein Startschuss. Und in meinen ganzen Ausbildungen, die ich gebe, ich habe es den Teilnehmern schon allen mitgegeben und sie schon vorbereitet. Und auch sie wissen Bescheid, dass jetzt Haargurt anlegen und los geht's. Und so kannst du dich vorfreuen auf das Jahr 2025. Auch wenn so manche andere Dinge auch geschehen werden. Finale bedeutet dennoch auch Ende. Ende vom Plagiat, Ende von Gauklern, Ende von Denunzianten und danach geht's genau bei jenen bergab. Finale bedeutet Neubeginn ebenso. Einen Neubeginn, den es so noch niemals gab, den du dir gar nicht vorstellen kannst. Weil die Show ist definitiv vorbei, da die Power der Seele nach Echtheit verlangt. Und nichts anderes ist mehr möglich. Deshalb auch die vielen Tränen, die vielen emotionalen Ausbrüche, die Trennungen beginnend mit dem Jahr 2024. Alles was wegbrach und noch immer wegbricht, und das geht noch weiter, wollte deine Seele einfach nicht. Sondern dein indoktriniertes Gehirn, dein indoktriniertes Ego und deine Energie sprach so eindeutig und hat dir bereits gesagt, jetzt setz das um und tu das andere weg, was du echt nicht brauchst, was dir nicht gut tut, was dich nicht nähert. Jetzt, jetzt, 2025, wird dir das auch tatsächlich bewusst. Es ist somit die Umsetzung der Seelenkraft mit extremen, und das meine ich tatsächlich so, extremen Auswirkungen in der physischen Welt. Das heißt, das Ganze ist nicht mehr, ich fühle ein bisschen und ja, heute ist ein emotionaler, gestresster Tag und so weiter. Nein, jetzt zeigt es sich wirklich in der Menschenwelt, so ganz direkt gesagt. So viele Menschen haben sich herausgelöst aus dieser falschen Schwere des Seins, herausgelöst aus einem klein machenden Bewusstsein. Und so stehen wir als Menschheit nun an dem Punkt der Freiheit. Das Gefühl der Freiheit möchte sehr oft und sehr eindeutig in ganz vielen Bereichen gelebt werden. Das Gefühl, und das ist die Energetik selbst, dass du dich wirklich sagst, oh, ich kann mich hier leben, egal ob ich in einer Partnerschaft bin, ob ich diese berufliche Partnerschaft mache. Das heißt, du fühlst dann in dem Moment, dass du dich brei entfalten kannst, in deiner Kreativität, in deiner Wortwahl, in dem, was du denkst, was du fühlst, was du bist, wie du dich kleidest, was du einfach auf die Erde bringst. Das ist Freiheit, wo du nicht das Gefühl hast, jemand möchte dich unterdrücken, einschränken oder sonst irgendetwas. Und diese Freiheit wird gelebt. Und das unumstößlich. Und hier geht es auch um Sehen. Und zwar Sehen und Fühlen und Wissen, dass es keine Zyklen gibt. Und das ist beim Trance-Beating genauso Wort für Wort durchgekommen. Es gibt keine Zyklen. Zyklen sind vorgegaukelt. Wir gestalten und sollen nicht nur die Zyklen ausführen. Und so zeigt sich, es zerschlägt sich alles, was linear ist. Also starre, lineare, vorgefertigte Konstrukte sind nicht Bewusstsein. Alles, was vorgefertigt ist, alles, was Struktur betrifft, alles, wo man merkt, man will schon wieder in ein Schema reingedrückt werden oder wieder in eine Schublade. Das ist alles linear und das ist nicht Liebe. Und da zeigt sich, dass ein Druckfeld immer wieder entsteht. Und dieses Druckfeld halten die Menschen nicht mehr aus. Alles, was ihnen Druck beschert, ist nicht Freiheit. Und das wird nicht mehr ausgehalten. Und da wird sofort das Feld, das energetische Feld verlassen. Egal welches Feld. Bewusstsein ist Liebe und du bist Liebe. Und das bedeutet auch, dass das Fließen lassen in das Vertrauen führt, dass alles zu dir fließt. Aber das bedeutet auch, wenn du dieses Vertrauen bereits fühlst, dass du bereits sehr viele Schritte für dich getätigt hast. Und nicht nur aus dem linearen Ratio heraus, sondern die Nähe zu dir selbst fühlst und dann eindeutig weißt, wo Nähe besteht. Denn das Jahr 2025 teilt sich auch in mehrere Teile. Mir wurde hellensichtig gezeigt, dass das Jahr 2025 sich in drei Teile teilt. Und zwar in den ersten vier Monaten also ist es dieser extreme Umbruch. Also wir hatten jetzt das Aufbrechen im Jahr 2024 und jetzt kommt Umbruch und Umsetzen. Wir setzen um. Und das bedeutet, dieses Sichtbarwerden in jeglicher Art und Weise. Komplett rein menschlich. Also in der physischen Welt. Die ersten vier Monate extremer Umbruch. In uns auch emotional. Und das erste wirklich physische, sichtbare. Also auch alles, was 2024 so angestoßen wurde, wird jetzt auch sichtbar und umgesetzt. Und im Speziellen setzen wir wohl so alles um, was wir uns als Seele vorgenommen haben. Und dann die weiteren, die nächsten vier Monate sind dann die zweite Phase. Also da geht es ums Sehen, um das Aussehen, was wir dann als Seele noch so weiter erleben möchten für die nächsten 20, 30, 40, 50, 150 Jahre. Und im dritten Teil des Jahres 2025 geht es ums Ernten. Gehe gleich nochmal am Ende dann auch bei den Monaten drauf ein, weil das ist sehr spannend zu beobachten, diese Treffhaltigkeit auch in diesen Jahren. Jene, die noch immer unnatürlich unterwegs sind, die sich noch immer sträuben, noch immer kopieren, ein Plagiat sind, von anderen sich angeblich inspirieren lassen. Und eigentlich ist es gestohlen, ja. Und deshalb werden wir auch erleben, die Menschen erleben, dass so manche Menschen aus der Öffentlichkeit zurücktreten oder ihre Karriere beenden oder plötzlich ihre Karriere beendet wird, da es einfach genug ist. Man darf auch nicht vergessen, denn jene, die in der Öffentlichkeit stehen, sind nicht nur Influencer in irgendeiner Art und Weise, sondern das sind auch jene, die Energie raustragen, die Energie des Neuen raustragen, die Energie des Neuen sind und gefühlt werden. Und dieses gefühlt werden ist prägnanter und wichtiger als dieses, welche Botschaften kriege ich davon, was habe ich davon, welchen Wert habe ich davon, was kann ich davon nutzen, darum geht es nicht mehr, das ist nicht mehr die neue Zeit. Die energetischen Haupttendenzen erfahrt ihr, wie gesagt, zum Schluss, bei den Monatseinblicken. Und jetzt kommen wir zu den eindeutigen Visionen, die ich hatte, auch die während des Trance-Speakings von Edgar durchgegeben wurden durch mich. Also ihr seht schon, das ist eine mediale Ganzheitlichkeit, die ihr hier bekommt. Und hier geht es um die Schlagzeilen, die kommen und auch die Umsetzung, die jetzt erfolgt. Das heißt, hört mal wirklich gut zu, weil es ist auch etwas Politisches dabei. Aber die politischen Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, die haben auf die gesamte Erde eine Auswirkung. Das ist sehr interessant. Also schaust dir einfach mal so ein bisschen gefühlt und auch mit ein bisschen Distanz an. Weil es geht jetzt mal um die USA und ich bin, also gleich hier vorweg, mich interessiert Politik nicht und ich sehe, dass nach wie vor die Politik der alten Welt da ist. Und die wird zerschlagen. Und da ist einer, der das Ganze vorantreibt und der andere auch mitzieht und der nennt sich Donald Trump. Die Tendenzen, die sich in den USA zeigen, haben in den kommenden Monaten eine intensive Wirkung auf den gesamten westlich geprägten Raum. Nun gut, das verwundert jetzt einmal niemanden, weil das wissen wir. Es zeigt sich hellensichtig neben den Durchgaben von Edgar, dass sehr viele Gesetze, also wirklich Gesetzgebungen, durchgeboxt werden. Und zwar Gesetze, die es so noch nicht gab. Und nicht nur in den USA, sondern diese haben eine eindeutige Umsetzungswirkung auch auf uns im deutschsprachigen Raum. Er traut sich und das bringt diese Mutwelle mit sich bei sehr vielen anderen Politikern, die in der Öffentlichkeit stehen. Aber nicht nur, denn auch diese Kombination Elon Musk und Trump hat eine enorme energetische Auswirkung. Aber ich komme gleich dazu. Das heißt, welche Gesetze kommen auf uns zu? Auf uns alle übrigens. Das Thema Wahlbetrug wird enorm in die Mangel genommen und dann kommt ein neues Gesetz. Das Thema Präsidentschaft in den USA, das wird spannend. Also in meinem Empfinden nach kommt da, also ein Präsident kann zweimal eine Amtszeit durchlaufen und es kann sein, dass Donald Trump jetzt in diese Richtung geht, dass das mehrmals der Fall sein kann. Dann kommt das Thema Woke, das ja hohe Wellen auch in Deutschland schlägt auf die Bühne. Und zwar, es zielt in Richtung, dass da doch einiges verboten werden wird, also wirklich auch Verbote als Gesetz. Dann das Thema Bildung. Auch hier entstehen gewisse Verbote, offenbar auch in Kombination mit der künstlichen Intelligenz. Und da hatte ich dann noch einige andere Visionen. Und zwar in Sachen Bildung wird sich einiges tun. Also jetzt nicht nur im Schulsystem für Unterstufe, Oberstufe und so weiter, sondern auch für die Universitäten und Fortbildungen und so weiter. Zum Beispiel, dass schriftliche Arbeiten in Hochschulen und Abschlussarbeiten, die werden komplett vom Tisch gewischt. Weil die künstliche Intelligenz so weit ist, die kann für Schüler und Studierende so gute Arbeiten mittlerweile abfassen, dass es nicht das Plagiat oder sonst irgendwas durchgeht. Deshalb werden die Präsenzen der Schüler und auch Studenten sehr kraftvoll ins Zentrum rücken. Und da sieht man dann schon den Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und Mensch. Weil wir haben eine Energetik, wir sind gefühlt und wir werden auch gefühlt von anderen Menschen. Und das Thema ist einfach präsent in den nächsten Hunderten von Jahren. Und das ist der Unterschied zur künstlichen Intelligenz. Das bedeutet aber auch, dass einige Berufe komplett verschwinden werden. Zeitungsjournalismus, Reporter, Journalisten im Allgemeinen, Übersetzer beispielsweise und so weiter. Alles was Ethik betrifft, was das Gefühl betrifft, was Medialität betrifft, alles was gefühlt und erlebt werden kann, das sind Berufe und das koppelt sich in alle Berufe hinein. Auch wird es ein Gesetz geben in Bezug auf Sexualität und Übergriffigkeit und noch mehr. Denn ich sehe, das Thema Epstein war auf der Bühne. Dann das Thema Pididi war jetzt auf der Bühne. Es wird noch immer ausgerollt. Und jetzt wird es noch weiter ausgerollt werden und zwar aufgedeckt werden. Im Jahr 2025 kommt ein weiterer Skandal und das ist ziemlich eindeutig. Ich sehe noch kein Gesicht, aber ich sehe, dass es sehr eindeutig auch wieder mit Medien, also öffentlich-rechtlichen Medien gekoppelt sein wird. Und hier geht es um Kinder, Sexualität und Kinder. Das muss offenbar auch sein, dass hier tatsächlich auch mal aufgezeigt wird, welch Schindluder hier wirklich auch betrieben wird. Auch wird Donald Trump die USA in gewisser Hinsicht abspalten. Ich sehe da, also wir haben ja bereits schon oder ich habe schon in vielen Interviews auch darüber gesprochen, dass dieses autarke Dasein ganz wichtig ist. Das heißt, dass man wirklich selbstermächtig dasteht und da können andere schon rütteln, was sie wollen. Ich weiß, du weißt, wer du bist und gehst deinen Weg, ohne dass du irgendwie abhängig bist von irgendjemandem. Und das ist die neue Zeit. Und dieses selbstermächtigte Sein bringt Donald Trump in die USA. Und das hat natürlich eine Konsequenz auf die ganze Welt, insbesondere auch in ökonomischer Hinsicht. Und zwar, das ist auch der Rückzug aus China, Rückzug aus Europa und die Abspaltung auch von Mexiko. Und das hat natürlich auch eine Wirkung. Und es hat auch die Wirkung, also es gibt hier immer mehrere, einen breiteren Blickwinkel. Und zwar die Wirkung, dass sich die US-Truppen auch aus gewissen Ländern zurückziehen werden und entfernen werden. Und so auch aus Europa. Das ist sogar sehr eindeutig und auch energetisch eindeutig fühl- und spürbar. Weil dann wird es leichter, dann ist der Druck weg. Und ihr spürt schon und seht schon, alles was mit Druck zu tun hat, funktioniert nicht mehr. Auch marketingtechnisch, das wird nicht funktionieren. Es wird dann auch, und das ist ein großes Thema für uns im deutschsprachigen Raum auch, aber insbesondere weltweit, Gesetze bezüglich Einwanderer und Zuwanderer. Ich komme dann auch gleich nochmal dazu, weil wir, ich mache, also hier jetzt gleich dann noch einen speziellen Blog zu Europa, denn da ist schon eindeutig was los bei uns. Und was ich dann gesehen habe, weil wir haben ja gesehen, dass Elon Musk mit Donald Trump eine aberwitzige Show abgeliefert hat, und das war Show und sonst nichts. Und der profitiert natürlich auch davon wie alle anderen, die auch bestochen wurden, um Werbung zu machen für Kamala Harris. Also das eine und das andere, es steht sich in der gleichen Frequenz gegenüber. Und zwar sehe ich, dass Elon Musk sehr wohl wieder etwas ganz Intensives auf die Erde bringen wird. Und zwar, die künstliche Intelligenz liegt ganz in seinen Händen, würde ich jetzt mal so betiteln. Denn ich sehe, dass seine Rolle hier, es ist natürlich ein Pionier, aber was bedeutet Pionier? Pionier ist weder positiv noch negativ. Das heißt, er bringt etwas Neues auf die Erde. Und ich sehe da tatsächlich, dass er so etwas wie eine Stadt errichtet, oder ein abgegrenztes Areal, wo die künstliche Intelligenz sich auch ausprobieren kann. Das geht mit sehr vielen positiven und negativen Dingen einher. Aber das sind wie technische Experimente. Und im gleichen Atemzug auch diese Experimente in Richtung Weltraum. Er wird da sehr gepusht werden und auch finanziell unterstützt. Bei Trump kann es auch sein, dass die Kennedy-Akten offenbart werden. Und wenn man mich fragt, was ich hellsichtig sehe zu den Kennedy-Akten, ist es so, dass die eigene Familie sich selbst umgebracht hat. Alte Welt, skrupellos, ohne Gefühle und zu erkennen, dass das auf einen selbst tatsächlich auch eine Wirkung hat. Weil wenn du manipulativ bist, dann wirst du manipuliert werden. Wenn du auf jemanden losgehst, dann schwappt das auf dich zurück. Das ist die einfachste Energetik überhaupt. Und das lernen jetzt sehr viele Menschen im Jahr 2025. Ich komme gleich noch dazu. Das nennt sich Bewusstsein. Und dadurch, dass Donald Trump so viel verändert und die USA in gewisser Hinsicht vom Rest der Welt unabhängig macht, oder machen möchte, das sind sehr große Schritte, ist er natürlich jetzt weltweit nicht ganz so beliebt. Und da wird sich auch zeigen, dass weitere Anschläge kommen werden. Dieser Anschlag, den ich gesehen habe, der eine, ich habe ja gesagt, es kommen mehrere vor der Wahl, aber auch nach der Wahl, und er wird eine ganze Amtszeit auf alle Fälle durchziehen. Es wird aber jetzt ein bisschen düster. Also da wird alles vorangetrieben, dass er in einem düsteren Licht da beginnen kann. Und einen Anschlag, den sehe ich nach wie vor, und zwar, das hat etwas mit einem sehr dunklen Auto zu tun, als würde er da hineingehen und ich sehe dann auf einmal seine Augen, und das ist, da ist pure Angst, also da ist nichts mehr gefakt oder sonst irgendwas. Ja. Also er hat wirklich eine Amtszeit vor sich, die äußerst turbulent ist und mein herzliches Mitgefühl dafür. Er hat sich da eine Rolle auf der Erde ausgesucht, die viel bewirken wird, ja, aber auch viele, also er setzt da wirklich alles aufs Spiel. Er ist derjenige, der das Parteiensystem komplett nicht nur in Zwanken bringt, sondern zerstören wird. Ja. Wenn wir jetzt einen hellsichtigen Blick auch auf Europa werfen, also die Tendenzen der USA zeigen natürlich eindeutige Auswirkungen in Europa. Hört euch gerne nochmal an, was ich zu den USA und der Gesetzgebungen gesagt habe, und das kommt auch zu uns. Wir erhalten einen intensiven und eindeutigen Zustrom. Einen Zustrom an Zuwanderer. Und zwar eher in den ersten vier Monaten des Jahres 2025. Und jetzt passt, bitte gut zuhören. Bevor manche sagen, oh mein Gott und Ding und es ist alles so schlimm und schrecklich und Ding. Deine Wortweise ist übrigens sehr wichtig, das ist Energetik. Ja. Schau, wie du dich fühlst, wenn du so etwas sagst. Wenn man das Ganze in einem breiten Blickwinkel wirklich betrachtet, sieht man dann eindeutig energetisch, dass dieser Zustrom dann auch bewirkt, dass auch dieses Gesetz, ein neues Gesetz kommt. Und die Gesetzgeber selbst in den Ländern sehr harsch vorgehen werden. Das heißt, die Einheimischen, egal in welchem Land, die Einheimischen in den Ländern Europas, beginnen sich extrem zu wehren. Und nicht nur in Protesten, das geht in vielerlei Hinsicht los. Hier stehen insbesondere Deutschland und Frankreich im Zentrum. Das ist auch sehr eindeutig ersichtlich. Natürlich überall ein bisschen, auch in den Großstädten ist es immer Ballungsräume, das ist eh klar, beginnen sich die Einheimischen zu wehren. Und jetzt erhört dich auch die Worte Anarchie und Selbstjustiz. Es wird ein großer Rechtsruck noch weiter vorangetrieben, gerade auch in Frankreich. Und ab Mitte des Jahres zeigt sich aber auch in den betroffenen, sehr betroffenen europäischen Ländern eine deutliche Wende wie ein Kipppunkt. Denn da kommen die Gesetzgeber ins Spiel, die werden viel strenger umgehen mit Kriminalität. In jeglicher Art und Weise. In jeglicher Art und Weise. Nicht nur was Zuwanderer betrifft. Sie werden vieles nicht mehr dulden. Und bei allen. Und in gewisser Hinsicht zeigt sich die Gesetzgebung so dann so streng, dass selbst die Einheimischen es als zu streng erachten werden. Dann habe ich gesehen, hinsichtlich auch Terrorwarnungen, insbesondere in Großstädten, bei Kundgebungen. Also auch politischen Kundgebungen in jeglicher Art und Weise. Ein Bild, eine Vision kam ganz deutlich in Berlin. Ehe, zweite Hälfte. September. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kommen ja eh die Monatsvorschern auch. Also auch die Unruhen in den Großstädten nehmen eindeutig zu. Und eine zweite Stadt, die mir auch gezeigt wurde, das ist ganz speziell, weil diese Prophezeiungen, die habe ich schon mal gesehen, das ist drei, vier Jahre schon her. Da brennen die Städte. Also einerseits energetisch. Und ich höre immer wieder diese Vive la Revolution, das ist ja die französische Revolution, Sturm auf die Bastille. Und das zeigt sich ja, seit drei, vier Jahren habe ich immer wieder davon gesprochen. Und das ist jetzt in der Umsetzung. Und dann sehe ich wirklich auch Paris. Es würde Paris brennen. Es würde da auch ein Anschlag sein. Ich sehe, es würde Paris brennen. Und was ich dann auch noch sehe, das ist eher aber schon im Februar, dass es da enorme Ausschreitungen gibt. Gut, Frankreich, Ausschreitungen. Das ist tagtäglich, gerade in Paris auch. Wer auch immer der Stadt den Wortlaut gegeben hat, Stadt der Liebe, kann ich nicht nachvollziehen, weil das geht seit Jahrzehnten so. Und da sehe ich aber, dass es viel mehr zu bewaffneten Straßenkämpfen kommen wird. Gerade auch Februar, also da ist irgendein etwas Größeres. das nicht Lyon auch ist. Und das dient, unter Anführungsstrichen, diese strengeren Gesetze dann durchzusetzen, umzusetzen. Und mit der Immigration zu reglementieren. Also das Thema Zäsur, und da spreche ich gleich auch darüber, ist auch Reglementierung, in jeglicher Art und Weise. Ich sah sogar, dass eine Moschee auch brennt. Also es geht ja hier auch um Religionen. Ja. Es zeigt sich aber auch, wenn es hier um Religion geht, aber es geht auch um Kultur. Und das finde ich speziell, dass das ist ein großes Thema, das losgebrochen wird für die nächsten, für diese Epoche eben, für dieses goldene Zeitalter, die Luftepoche, bla bla bla. Also da gibt es ganz viele, 5D und so weiter, das sind übrigens nur Betitelungen. Und da geht es um die Wahrnehmung und die Wertigkeiten. Und es zeigt eben, dass diese Einheimischen, egal in welchem Land, einfach fühlen. Erstens einmal, dass sie verbunden sind mit dem Erdboden, wo sie geboren wurden. Und zweitens einmal, dass sie ihr Kulturerbe erhalten möchten. Also da geht es auch wieder zurück zu den Wurzeln. Ja. Also sie möchten, die Einheimischen möchten ihren Kulturraum erhalten. Und wir sind auch Einheimische, überall, wo du geboren bist, bist du Einheimischer. Und so zeigen sich auch, wer für seine Kultur und seinen Grund und Boden einsteht und da, einfach da ist. Ja. Das ist eine bedeutende Zeitqualität. Das ist nicht nebenbei. Das ist eine bedeutende Zeitqualität der nächsten Jahre, die sehr geschätzt wird. Die Demut und Dankbarkeit für das eigene Land, für die Kultur, in die man geboren wurde. Und das ist auch ein Hinweis ein bisschen auf Donald Trump, weil der ist ja sehr stark patriotisch. Also es geht hier nicht um Patriotismus, sondern es geht wirklich um die Wertschätzung für die Kultur, für die Natur, wie sie ist in dem Land und so weiter. Das ist ein Bewusstsein. Also das Bewusstsein zur Verbundenheit, zum Erdboden, wo man geboren wurde, das einem dieser Erdboden auch nähert. Das ist auch energetisch spürbar. Und dies hat auch einen Effekt übrigens auf energetische Lehrer, die ausgewandert sind. Ja. Und wenn ich jetzt gefragt werde, weil es natürlich auch kriegerisch recht zugeht auf der Erde, ob ich einen Krieg im deutschsprachigen Raum sehe, nein, nach wie vor nicht. Also die Ausschreitungen, die wir da sehen, rundherum übrigens werden immer mehr, die kriegerischen Tendenzen werden immer mehr, aber im deutschsprachigen Raum sehe ich es nicht. Was ich allerdings sehe, ist eine große Eskalation zwischen Ukraine und Russland. Und zwar fast eher schon in den Januar hinein, als würden hier, da geht es dann nicht mehr mit den herkömmlichen Waffen und ich sehe das nicht nur Ukraine und Russland, sondern diese Drohnen. Das mit Drohnen, also die KI wird auch genutzt dann für diese Drohnenwaffen, als Drohnen als Waffen. Ja. Beginnend mit dieser Eskalation. Was ich allerdings ebenso sehe bei Ukraine und Russland und das scheint für manche fast unglaubwürdig zu sein, ist ja ein bisschen auch Thema des Jahres 2025, auch was Seelenpartner betrifft, ist es ganz merkwürdig und zwar sie kommen zu einer Übereinkunft. Da kommt die große Eskalation und dann kommen sie zu einer Übereinkunft und das ist dann entgegen der NATO. immer wieder wurde mir auch Saudi-Arabien genannt, dass Saudi-Arabien mit eingebracht wird und ja, da geht es natürlich auch um Öl und so weiter, aber Öl wird offenbar in den nächsten Jahren eine noch bedeutendere Rolle erhalten. Ich habe das schon in zahlreichen Interviews und auch im Mitgliederbereich erwähnt, dass ich sehe, dass Dubai wirklich der Drahtzieher ist, also wirklich die Stadt und das Umland Dubai in den nächsten Jahren Drahtzieher im politischen Geschehen und das wird jetzt eindeutiger sichtbar. China, bei China sehe ich, die sind jetzt in 2025 im Vormarsch, weil die machen da wirklich einen Coup, da gehe ich dann auch gleich drauf ein, da geht es nämlich um Edelmetalle auch und was ich dann sehe, China erfährt sowas wie einen großen Hacking Angriff und dann kollabiert irgendwie das ganze System und dann sind sie im Abschwung. Also das ist wie das große Aufräumen und ich zeige nochmal was ich kann und das werden viele erfahren im Jahr 2025. Dann die großen Themen der neuen Epoche, die sich jetzt beginnen mit 2025 umzusetzen. Wir haben 2024 schon Andeutungen gehabt. 2025 kommt der große Beginn der Umsetzung und zwar was sind das Quanten Computing? Großes Thema offenbar im Jahr 2025. Was ich noch sehe, die Pharmaindustrie bekommt ein bisschen ein Problem und zwar mit ihren Forschungsergebnissen. Es zeigt sich da wurde was zurückgehalten und da geht es nicht um irgendwelche eh schon wissen, sondern es geht um die Ernährung und auch um Zucker, raffinierter Zucker. Ich esse ja seit acht Jahren konstant keinen raffinierten Zucker. Bitte, das ist der Game Changer, wenn du das durchziehst. Und dann erfährst du und siehst du wirklich auch, wo überall Zucker drinnen ist, sogar in der Zahnpasta und wie man abstumpft, auch was die hellen Sinne betrifft. wie man, also dass Krankheiten sich sehr stark daraus ergeben und dass man seelisch abstumpft. Ja, also man spürt sich selbst nicht mehr, das ist eigentlich das Hauptthema bei Zucker, meinem Empfinden nach. Es werden auch große Angriffe, auch Hacking-Angriffe auf die Pharmaindustrie gemacht. Dann das große Thema Zäsur, die Menschheit zensiert sich untereinander und das wollen ja viele nicht hören. Gerade die Trufer und die aufdeckenden Menschen, es ist Energetik auch und man beeinflusst sich ja auch selbst, also man beeinflusst seine Energetik, wenn man versucht, andere zu denunzieren. Ein kleiner Tipp am Rande, lass es sein, geh hin zu dir und bleib bei dir, bleib in deiner Kraft, bleib in deiner Seelenkraft, du willst dir was auf die Erde bringen, dann hör bitte auf zu denunzieren. Denn du machst ja nicht nur den Algorithmus von anderen kaputt, wenn du auch solche Kommentare absetzt, sondern YouTube zum Beispiel merkt sich so etwas und du denunzierst dich quasi selbst. Auch wenn damit Mittel im Hintergrund gearbeitet wird. Dann zeigt sich allerdings auch öffentliche Denunzierung von Journalisten, allerdings auch gleich wieder Energetik Journalisten, wo es nur mehr um das aufklärerische Aufdeckende ist, die aber nicht autark arbeiten, werden von den Menschen zensiert und denunziert, gemeldet, gebannt und das ist extrem. Ja, tu es nicht. Die Energetik geht in Richtung Bewusstsein und wir werden uns, die Menschheit wird sich im Jahr 2025 wirklich bewusst, was Energetik ist, wie Energie wirkt und das ist sehr eindeutig, ich komme gleich dazu. Dann Zensur, jene, wo es nur um Zahlen und Reichweite geht und auch wo gespielt wird damit, die beispielsweise auf Instagram sich Abonnenten kaufen und auch, man kann ja übrigens, brauchst du nur einen Link schicken von einem Video und hast auf einmal schon eine Million Views, das kann man alles kaufen, das wird erkannt und man wird zensiert. YouTube ist da ein bisschen schrenger, also man kann Abonnenten nicht wirklich, kann man schon auch kaufen, kaufen kann man alles, sogar auf Telegram kann man mittlerweile Abonnenten und einen Schaltquoten kaufen und was weiß ich, was alles, das wird aber gefühlt von den Menschen und auch von den Plattformen selbst, die zensieren werden. Sehr oft, und das kann ich jetzt hellensichtig ganz eindeutig sagen, wird nicht von einer Regierung zisiert, sondern untereinander und von den Plattformen selbst, die zensieren aber nicht, sondern es geht um Algorithmus und zwar nur darum. Wer wird noch zensiert und zwar jene, die zu radikal sind, egal in welche Richtung, egal in welche Richtung, das Bewusstsein geht in die Richtung, habe ein breites Bewusstsein, dass du alles da lassen kannst und zwar auch dich selbst, wenn du jetzt sagst, ich bin so und so, ganz ehrlich, im nächsten Jahr, kannst du jeden Tag wahrscheinlich dich von einer neuen Facette kennenlernen, weil es ist schnell und zwar rasend schnell die Energie im nächsten Jahr und wenn du glaubst, du bist gerade in der Meinung und das ist deine Meinung und die gibst du jetzt raus und so weiter und so fort, dann ist das radikal, radikal in einer Richtung, muss nicht unbedingt politisch sein, es kann in alle Richtungen losgehen und da gibt es ganz viel Zäsur, auch politisch, ja. Kleiner Tipp, es ist stets das Wie man auch etwas sagt, das Wie. auch Plagiate, hier habe ich auch etwas gesehen, die KI wird, also wenn man einen Universitätsabschluss hat, weiß man das, ab drei Worten ist es ein Plagiat, wenn man drei Worte bereits von jemandem wiederholt hat und nichts zitiert und das sollte übrigens auch eine Ehrensache sein, dass man das tut, vielen Dank an dieser Stelle übrigens, wenn ich zitiert werde und hellsichtig sieht man übrigens, wenn jemand meine Videos sieht und dass es das eigene gut ausgibt. Nur zur Info. Viel Vergebung in diese Richtung an meiner Stelle und einen schönen Dank auch an alle, die das ebenso sehen und Vergebung fließen lassen, anstatt anzuklagen. Aber es geht weiter in Richtung Plagiate und zwar die künstliche Intelligenz wird dann auch inhaltlich erkennen, was von einem bestimmten Menschen ist und nicht nur aufgrund der Worte und da wird dann auch zisiert werden. Da kommt meinem Empfinden nach sogar ein Gesetz, aber nicht gleich im 25er Jahr. So, Silber und gewisse Mineralien, dass ich es rauskriege und zwar Investoren aufgepasst, gibt es auch unter uns energetisch Wissenden und zwar es zeigt sich, dass die USA wie auch China sich wohl in gewisser Hinsicht in irgendeiner Art und Weise ich würde nicht sagen duellieren, aber das ist wie ein Wettlauf, ein Wettkampf. Wer hat die besten Technologien erstens mal und für diese Technologien und die Umsetzung und es geht wieder um die Umsetzung dieser Technologien braucht man zum Beispiel Silber und da steigen die Werte und die Wertigkeit. für die Herstellung und es zeigt sich hier hellsichtig habe ich eine Vision bekommen, dass hier aber China das Rennen gewinnen wird, da geht es um Mining, also den Abbau, also die investieren da oder kaufen ganze Gebiete auf. Dann das Thema Kryptowährung, ja das wird schon boomen, aber ich sehe das ganz anders und zwar da können bitte auch andere Fragen, weil das ist nicht mein Spezialthema, also da schaut sich dann gerne auch von Christoph um, von Christoph Niederwieser, aber was ich hellsichtig sehe und ich habe das schon bei einem Interview gesagt, ist das also Bitcoin das zerstreut sich und wie meine ich das? Dieser Boom zerstreut sich, warum das habe ich schon sehr oft gesagt und zwar diese zu einflussreichen Kryptowährungen die werden gesetzlich reglementiert und hier sind wir wieder bei der Zäsur also wieder beim Reglementieren und werden reguliert und zwar von öffentlicher Hand was auch immer das ist das heißt aber auch dass sich das Thema zerstreut und das bedeutet wiederum dass ganz viele kleine Kryptowährungen und zwar autarke Kryptowährungen also da geht es nicht mehr in Richtung Investition hinein sondern das ist wie da muss man dann schauen dass man den Wald vor lauter Bäumen sieht sagen wir mal so also dieser Boom ist in eine Richtung dürfte wohl vorbei sein wobei Ethereum sehe ich nach wie vor sehr sehr stark dieses Zerstreuen des Krypto Booms hat offenbar auch mit einer Trump Gesetzgebung zu tun was ich auch sehe in Verwaltungsapparaten wird in den ersten Zügen die künstliche Intelligenz einziehen und Menschen werden in gewisser Hinsicht dann aus der Verwaltung enthoben ja das bringt im ersten Schritt natürlich auch ein bisschen Panik also alles was Verwaltung ist wird ersetzt durch künstliche Intelligenz aber es geht dann in einen Schritt der Selbstverwirklichung und ich komme danach gleich dazu die künstliche Intelligenz zieht überall ein überall wo einfache Schritte ersetzt werden können und in weitere Schritte werden natürlich auch die Fachkräfte durch die künstliche Intelligenz ersetzt bitte jetzt ruhig bleiben atmen weil es kommen ganz viele andere Berufe und Möglichkeiten also öffne dich für die Möglichkeiten und nicht hab dein Fokus jetzt nicht oh mein Gott alle Berufe werden weniger sondern öffne dich für deine neuen Möglichkeiten das ist ganz wichtig jetzt Energetik ja deine Gedanken dein Gefühl ist jetzt wichtig also atmen und geh ein bisschen mit das also die Fachkräfte werden auch durch künstliche Intelligenz ersetzt was wiederum dazu führt dass die Menschen mehr Zeit haben für ihre energetisch kreative Arbeit und Bewusstwerdung das haben Menschen so weggeschoben weil das ist ja nicht wichtig ja ist nur Business wichtig und was ich nicht alles aus der Ratio heraus auf die Erde bringe und das ist eben nicht mehr wichtig weil es nicht gefühlt wird das Freiheit zu leben in deiner Kreativität nutz das lass es einmal wirken durch die Wertigkeits Verlagerung auch des Geldes wird ganz vieles nicht mehr so wichtig sein das heißt nicht dass du keinen Wohlstand keine Fülle haben wirst das heißt es nicht auf keinen Fall weil das kommt nämlich automatisch wenn du deine Seelenkraft und deine Kreativität lebst aber auf deine ganz individuelle Art und Weise und das ist wichtig in der neuen Zeit die künstliche Intelligenz zieht also überall ein insbesondere in Fabriken und hier beginnt 2025 auch in Deutschland ein Gerangel der Einheimischen um die Arbeitsplätze also da geht es rund wo sich die Einheimischen einfach auch durchsetzen werden auch hier wird es Gesetze geben und zwar das hat mich erinnert an dieses in Wien an der Med Uni Wien kamen dann ganz viele deutsche Flüchtlinge zu uns die ihren Abschluss machen wollten wegen den Numerus Clausus in ihrem Land da gab bis dann ein Gesetz das ein gewisser Prozentsatz an Einheimischen einen Abschluss machen soll und nur mehr so und so viele aus Deutschland und so weiter die neuen Gesetze die da eben kommen da geht es um die Zuwanderer und das wird den Zuwanderern eben erschweren aber jetzt möchte ich jetzt nochmal darauf hinweisen es gibt ja nicht nur bei uns Zuwanderer sondern weltweit überall Zuwanderer somit auch Auswanderer aus dem deutschsprachigen Raum also das geht auch alle etwas an jeden ja und da sehe ich dass auch Gesetze kommen und zwar wo hast du deinen Hauptwohnsitz und dort bekommst du deinen Pass und dort wirst du auch deine Steuern bezahlen das heißt Steuerflüchtlinge also es wird wirklich wie eine Hetzjagd der Steuerflüchtlinge ja sehr interessant also auch dort wo jetzt noch Steuerparadiese gelten da wird sich einiges verändern weil die Länder untereinander auch viele neue sind wie Abkommen gestalten in Frankreich kann sogar sein dass dann eine neue Immobilienkrise vor der Haustür steht aber diese Immobilienkrise zeigt sich auch nicht so stark in Frankreich aber auch in Deutschland so dann dann zeigt sich noch das Wetter wir haben das bereits im Jahr 2024 erlebt und zwar dass die enormen Wetterphänomene werden weiter zunehmen intensive Schneefälle inklusive Stromausfälle und auch Hitzewellen im Jahr 2025 sehe ich tatsächlich auch große Hitzewellen und Dürre und da zeigt sich die Wettermanipulation sehr eindeutig also da wird etwas angeschoben das ist wie elektromagnetische Wellen die zusätzlich genutzt werden und da zeigt sich auch das Bewusstsein der Menschen dass das hervorgehoben wird denn wir haben bereits erlebt dass zum Beispiel die Neumond Vollmond Energien wo wir uns entwickeln sollen damit das ist Energie das hat nichts mit dem Mond zu tun wir entwickeln uns damit ist eigentlich etwas schönes die werden benutzt dass der Mensch klein gehalten wird deshalb gibt es auch meine Vollmond und Neumond Sessions die du auch in meinem Shop findest zur Unterstützung dass du da raus kommst und dich nicht runterziehen lässt es werden auch gewisse Phänomene immer wieder genutzt und angedockt damit mit der Mensch runtergezogen wird und so ist es auch bei dem Wetter es gibt Wetter Phänomene und das war auch auf der Erde das wiederholt sich jetzt die Erde verändert sich und hier wird auch energetisch und frequenziell angedockt dass das Ganze noch mal quasi wie eine Form der Übergriffigkeit verwendet wird hier geht es um Manipulation frequenzielle Manipulation durch das Wetter und das habe ich sehr eindeutig auf Telegram beschrieben bitte geh auf Telegram und hör dir diese Sprachnachricht gerne an das Wetter beleuchte ich auch noch mal in den Monaten so und jetzt kommen wir zum meinem Empfehlten nach bedeutendsten weil das hast du in der Hand und das wird auch sehr deutlich sichtbar werden dass wenn du energetisch mit dir arbeitest wird sich das ganz eindeutig im Jahr 2025 bereits zeigen du machst was energetisch es setzt dich bereits um das sind wow Erlebnisse und die UFOs kommen auch also jetzt aufgepasst es ist eine andere Art der Kommunikation jene die bereits medial arbeiten und mediale Coachings Jenseits Kontakte Readings mediales Heilen das ist im Vormarsch und ich kann das wirklich auch berichten ich bilde jährlich jährlich tausende Menschen aus im medialen mediales Coaching Color Healing Power Soll Fernheilung und so weiter tausende Menschen kann das bestätigen und das wird immer und immer mehr das ist im Vormarsch und im Speziellen auch für dich also nicht dass es alle Heiler und Medien werden sondern für jede Berufsgruppe und für jeden Menschen wird das dann umgesetzt das energetische Wahrnehmen Wahrnehmen ist nicht nur das Wahrnehmen der Andere es beginnt bei einem selbst dort beginnt es und das wird sehr eindeutig gefühlt gesehen werden jene die schon durch die enormen Prozesse durch sind werden also jetzt 24 23 24 waren enorme Prozesse bei energetisch Arbeitenden bereits da und die also wir werden im Jahr 2025 spielerisch fließen allen anderen empfehle ich energetische Unterstützung zu holen gerne auch bei meinen Workshops oder was auch immer durch die durch die Bank gibt es alles bei mir also ich bin da sehr breit aufgestellt und jetzt möchte ich euch noch etwas empfehlen und das ist wirklich eine Empfehlung das Jahr 2025 wird energetisch sehr schnell werden und das kann einen auch überwältigen oder überwälzen es gibt im 21 und 22 12 einen Workshop von mir der sehr empfehlenswert ist denn dort lernst du wirklich mit energetik umzugehen und dass du energetisch schon vorausschaust und nicht nur schaust sondern eine energetik des gefühlten Wahrnehmens bist damit du mit den Ereignissen umgehen kannst es gibt für uns Menschen ganz viele Ereignisse zum Beispiel Trauer oder wenn uns Menschen verlassen oder Liebeskummer und so weiter wenn wir allerdings mit uns energetisch arbeiten dann ist das Ganze nicht so schlimm und lass uns nicht runterziehen sondern du lernst gefühlt damit umzugehen das ist energetik und zwar sehr kraftvoll zu sein und das bedeutet aber auch dass du bei dir in deiner Seelenkraft ankommen sollst und da gibt sehr viele Tools und Techniken die eben in Workshops weitergegeben werden und wenn man glaubt das Ganze kann man linear machen das wird nicht funktionieren sondern es ist ein liebevoll herzliches fließen und unterschätze nicht diese Kraft denn es ist eine Kraft und keine Schwäche wenn man fühlend also energetisch wahrnimmt und auch bewirkt und wirkt und dadurch dass die KI überall ist ist in jedem Beruf wird der Mensch angehalten werden sich in sich einzufinden angehalten sich zu fühlen denn die gefühlte Individualität möchte hervorgehoben werden und kein Plagiat Kreativität Medialität Energetik sind dabei enorm hilfreich und diese Themen werden auch in allen Bereichen in allen Lebensbereichen ob beruflich oder privat erfolgen das ist also der enorme Gegenpol oder für das Gleichgewicht zur künstlichen Intelligenz und das bewusst gefühlte wahrnehmen hat übrigens wenig mit Emotionalität zu tun gar nichts und nur weil man weiß was Spiritualität ist und weiß was es alles gibt im energetischen Markt bedeutet das nicht dass man energetisch bereits arbeitet aktiv weil das bedeutet dass du dein Energiesystem nicht nur wahrnimmst sondern aktiv arbeitest du kannst umsetzen und das geht vom Tagesbewusstsein auch ins Nachbewusstsein hinein ganz wichtig wir werden quasi durch die KI gezwungen wieder selbstständig zu erschaffen in der Energetik aber dieses Thema der Eigenständigkeit zieht sich auch durch alle Bereiche damit du wieder deine Eigenermächtigung mit einbeziehst in dein Leben ja und auch zu radikal politisch die da berichten werden auch merken die Menschen werden sich das nicht mehr anhören weil es tut ihnen nicht gut das zieht sehr eindeutig sehr runter also wenn man nur auch in dieser Spur drinnen ist auch extreme Radikalisierung und auch Sozialisierung alles die Balance wenn die da ist und du beide bist deine Seelenkraft lebst und weitergibst und Menschen motivierst dass wir gefühlt werden ja und wir gehen auch zurück zu alten Werten da die KI überhand nimmt oder scheint das würde sie überhand nehmen und besinnen uns wieder dass das Fühlen und Wahrnehmen sich gefühlt sich begegnen auch Nähe bedeutet und das bedeutet aber auch dass du die Nähe zu dir selbst findest und diese Nähe wird von anderen gefühlt werden jeglicher kreativer Beruf steht dabei in diesem Bewusstseinswandel wirklich im Zentrum jegliche visionäre Quelle mediale Berufe und die Unbestechlichkeit ganz wichtig also dieses autarke Dasein bedeutet auch dass du unbestechlich bist ja 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 bezahlsystem die freundel wirtschaft was da auch im hintergrund auch unter spirituellen losgestritten wurde ich zahle dir mal 1000 2000 Euro und du nimmst mich ins Interview und so weiter also diese Abmachungen dass wir gespürt werden dass wir gefühlt werden und da bedeutet die neuen Strömungen der Zuwanderer sind auch Strömungen des Bewusstseins und Wertesystems also macht ihr das auch bewusst das hat alles einen Effekt das ist Energetik es hat auch einen Effekt auf die Energetiker und die energetischen Lehrer also spirituellen Lehrer im absoluten Vormasch sind diese aber die die echt sind das heißt du lebst etwas und zu Hause also du bringst anderen Meditation oder Trance bei und machst das selbst nicht ich gehe jeden Tag für mich selbst in Trance ich bewege auch meinen Körper ich mache Sport ich esse keinen Zucker ich rede nicht nur davon dass ich es nicht tut sondern wirklich nicht weil mein Körper reagiert sehr intensiv darauf und so weiter bist du echt bist du authentisch die sind im Vormarsch das sind die Pioniere der neuen Zeit aber die die auch energetisch privat arbeiten und nicht nur so tun sie brauchen sich nicht weil ich bin erleuchtet holler die Waldfee energetische Lehre die nur auf der Wissenschaft pochen die alles aus dem Kopf heraus den Teilnehmern beibringen und nur strategisch vorgehen es wird auch nicht mehr sein energetische Lehre die strategisches Marketing mit einbinden ender mediales mediales lesen ist nicht lineares vorgehen bitte weiß einfach darum und tu nicht nur so und alles was Druck auslöst können Menschen kaum noch aushalten also ich habe jetzt im ganzen Video immer wieder die Hinweise gegeben was es hier auch gibt ja und es zeigt sich auch dass es nicht nur energetik ist also ich habe bereits davon gesprochen alles was du tust machst und bist in der energetik wird sich sofort umsetzen und das zeigt sich auch also wenn du dich verausgabst und so weiter der Körper spricht sofort also das ist nicht mehr ja es summiert sich und sammelt sich an und dann kommt Krankheit irgendwann nein der Körper sprich sofort das heißt du gehst nicht voran Füße Knie Hüfte wird schmerzen das heißt du machst du deckelst dich zu also das Kronenchakra wenn das zu ist bist du frustriert und das merkst du sehr sehr eindeutig und so fort da kann natürlich dann auch eine Migräne einfach da sein wenn du zu wenig isst dann ist es auch so dass du komplett überladen bist das heißt du bist komplett überfordert mit der Energie das heißt Essen Nahrung ist ganz wichtig okay die Energetik gepaart mit den Hellsinnen also die Hellsinnen zu benutzen bedeutet ja auch der Einstieg in die Medialität Hochsensitivität ist lediglich das Wahrnehmen des Menschlichen der menschlichen Energetik oder was hier auf der Erde ist und hier zeigt sich auch dass die Hellsinnen einfach im Jahr 2025 explodieren werden und zwar bei sehr vielen Menschen in die Masse geht das hinein und hier benötigen die Menschen tatsächlich auch Hilfe und zwar von Menschen die ihre hellen Sinne eindeutig leben und auch schon als Profi gelebt haben beispielsweise bei mir war es so ich arbeite zehn Jahren als Profi jenseits Medium übrigens auch mache oder machte sehr lange Aura Readings Readings im Allgemeinen und auch mediales Heilen nur bei mir war es leider so ich war zwei Jahre im Vorhinein schon ausgebucht und habe dann einfach die Termine ad acta gelegt ich arbeite übrigens noch immer aber bei mir kann man keinen Termin buchen das funktioniert derzeit anders und bitte auch keine Anfragen stellen ja ich lerne ich lerne 42 Jahren bewusst mit der Energetik mit der Medialität und Hochsensitivität umzugehen und unterrichte tausende Menschen darin wie sie in ihre Individualität finden und stülpe nicht das was ich gelernt habe automatisch über sie drüber das ist wichtig für diese neue Zeit lerne den Menschen zu fühlen und nicht überzustülpen okay weil Zeitqualität ist einfach es geht nicht mehr darum was du hast sondern was du fühlst und nochmal das bedeutet nicht dass es keinen Wohlstand gibt im Gegenteil es wird es ja viel Wohlstand geben jetzt geht es noch um UFO und Exokommunikation übrigens mein Spezialthema mein viertes Buch kommt ja vielen Dank an dieser Stelle übrigens drei Spiegel Bestseller alle drei in die Top Ten über UFOs Aliens also das ist auch mal und das von einer Frau die sehr konservativ aussieht aber wenn man sie kennenlernt weiß man auch dass sie nicht konservativ drauf ist vielen Dank vielen Dank auch deshalb weil ich sehr viele Angriffe erfahren habe auch von angeblichen Kollegen inklusive Drohbriefen und natürlich auch von angeblichen UFO-Experten und Alien-Experten ich bin in den letzten vier Jahren aufgrund dieser Bücher und weil das auch meine Wahrheit ist weil ich das auch sehe auch hinsichtlich sehe die ganzen Sternenvölker 130 habe ich jetzt dokumentiert für dieses vierte Buch habe dokumentiert was Exokommunikation ist ich habe dokumentiert wo sie leben ich habe dokumentiert wo auf der Erde Portale sind ich habe dokumentiert was mediale Träume sind ich habe in dieses Buch so viel hineingegeben es sind über 400 Seiten inklusive Lexikon von allen Sternenvölkern die ich bisher gesehen habe alle sind drinnen und natürlich Prophezeiungen wo geht es hin mit der Erde wenn wir ja gemeinsam hier auf der Erde mit Sternenvölkern leben vielen Dank für dich dass du mich da unterstützt hast und uns unterstützt hast für diese Wahrheit ich weiß auch dass es die Wahrheit ist weil die Bestätigungen der Sternenvölker war durch die Kinder und Jugendlichen die sagen das ist mein imaginärer Freund und das wurde uns allen ausgeredet und nur weil ein Jenseitsmedium das nicht wahrnehmen kann heißt das nicht dass es nicht der Wahrheit entspricht das nennt sich spiritueller Narzissmus so weiter in der UFO Kommunikation Exokommunikation es wird eine große 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 und sehr präsente UFO Sichtung im Jahr 2025 geben ich habe fast das Gefühl eher Mitte des Jahres die auch breit getreten wird und ja es wird auch ganz viele Fake News geben es wird ganz viele infiltrierte Menschen geben die sagen ja die UFOs werden uns alle vernichten das ist übrigens auch so ein Plan der umgewälzt wird nebenbei wieder achte hier auf dein Gefühl und dann wurde erwähnt dass jene die bereits mit Sternenvölkern kommunizieren also wenn du das bereits machst und umsetzt auch in der Exokommunikation schon bist weil du vielleicht in meiner Academy drinnen warst dann kommt es zu physischem Kontakt und jene unter uns die bereits einen physischen Alien Kontakt hatten wir sind ja nicht wenige nur wir sprechen nicht ganz offiziell darüber weil dann wieder sagen ja genau fühl einfach wir müssen niemandem etwas beweisen ganz einfach es ist nämlich ein wundervolles Geschenk und dann weißt du wirklich was los ist und das kommt ebenso das heißt ich freue mich sehr alle die auch in meinem Newsletter und sind dir auch hier mit meinem vierten Buch dann noch zu zeigen was es nicht noch alles gibt weil da stehen auch die Superpower der Menschen drin und mit Übungen wesentlich ist noch für das Jahr 2025 die extremen Wetterphänomene und diese Geowetterwaffe ja das wird eingesetzt und das wird im Jahr 2025 auch in Bezug auf Hitze eingesetzt werden wir haben es jetzt in Sachen Regenfälle schon erfahren auch Schneefall kommt jetzt dazu Schneemanipulationen und jetzt kommen wir zu den Tendenzen in den jeweiligen Monaten da gehe ich aber nur kurz drauf ein jetzt noch kurz was ist prägnant für das Jahr 2025 stehe ich für mich ein wo vollendet sich etwas final für dich wenn dich das interessiert komm bitte unbedingt nach Bregenz lebe ich meine Seelenkraft ebenfalls Empfehlung für Bregenz kreiere ich oder bin ich eine Marionette Jahresthema wenn zwei sich begegnen um friedlich zu sein wird enttarnt was tatsächlich dazwischenstand das heißt stören Friede werden enttarnt auch bei Partnerschaften denn die Neidgesellschaft wird aufgedeckt wenn aus Neid etwas verhindert werden soll das wird aufgedeckt auch bei Freundschaften also wer da dazwischenstand die Spitzfindigkeiten werden enttarnt auch unter Kollegen auch bei spirituellen Kollegen diese Enttarnung führen sich in die Heilung des Seins und in den finalen Rückzug die Energetik fließt sehr schnell sehr sehr schnell wir kennen das noch im Jahr 2024 gab es so bestimmte Monate wo man wirklich gedacht hat so jeden Tag ein Überraschungsei so ist das Jahr 2025 ja das heißt zack die Hellsine sind mehr denn je gefragt und kleiner Tipp dein energetischer Lehrer den du dir jetzt suchst oder der dich begleiten soll für deine Selbstermächtigung sollte dir wirklich ein gutes Gefühl machen du sollst dich wirklich wohlfühlen ja es ist eben nicht schnell sondern es ist einfach schnell umgesetzt und darum geht es im Jahr 2025 dass dir das auch bewusst wird deshalb nehmt die Meisterschaftsenergie Platz es ist unsere Superpower also nimm bitte Platz in deiner Seelenenergie und auch die Täuschungsmanöver wird es nicht nur bei den Ufos geben sondern wir erleben tatsächlich wen kann man vertrauen und wen nicht und das reinigt sich sehr schnell aus also das ist wirklich auch ein Geschenk vertraue deinem Gefühl und geh voran in deiner Energetik über energetisch wahrzunehmen über Medialität über Telepathie die Superpowers sind sehr weitläufig das kannst du gerne in meinem vierten Buch das ist schon vorbestellbar auch nachlesen und die Zensur nimmt enorme Ausnahme Maße an und jetzt ist es so das Video ist jetzt bereits online weil das im Dezember beginnt ja was tut sich im Januar im Januar sehe ich irgendwie ist hier alles weiß ob ja da werden schon auch enorme Schneefälle wieder kommen ob da nicht auch viel Eis dabei ist und was natürlich im Winter nicht verwundert allerdings können hier bis in den Februar hinein durchaus auch Stromausfälle sehr deutlich vorkommen der Januar wirkt als wäre wäre er aalenglatt also da zeigt sich dann wirklich okay wer putzt sich so ein bisschen ab ja und versucht da zu vermeiden und das würde über die Kälte irgendwie alles auch stehen gelegt werden dann der Februar im Februar haben wir unfassbar viel Feuerenergie und da geht auch eine Kampfenergie los also die Rebellion dehnt sich aus und hier ist es explosiv und eine deutliche Aufbruchstimmung ist wahrnehmbar also es ist eher die zweite Februarhälfte in der ersten Hälfte scheint es so dass wir den Januar wirklich auch verdauen also Januar ist schon heftig deftig ja und im März sehe ich in der Farbe Orange also da geht es um emotionale Heilung und Tiefgang also ist auch durch Wachsen von einer ersten spürbaren Schnelligkeit die für das gesamte Jahr angekündigt ist dass sich in allen Lebensbereichen einfach neue Wege ergeben und Sichtweisen auch Bewusstseinssichtweisen die einer Meisterschaft ähneln dass man das überhaupt bewältigen kann und ja du kannst alles bewältigen der Kopf sagt dir nur nein nein du kannst das nicht und das ist so viele so viele Dinge auf einmal geschehen in dieser Schnelligkeit der April zeigt das Thema Heilung durch Kommunikation als würden die ersten drei Monate zum Abschluss gebracht werden durchzogen allerdings von Feldern die wirken als wären sie trügerisch ein wenig ist hier Misstrauen spürbar also nur Neuorientierung dadurch dass man sich nicht mehr wohlfühlt dort wo man ist oder was man tut ja auch zeigt der April auch eine Flut von Regen also da ist Überflutungen werden da sein auch was die Zuwanderer betrifft das ist auch wieder die Wortwahl zeigt hier schon das breite Feld der Wahrnehmung der Mai wird offenbar hitzig und hier sehe ich diese elektromagnetischen Wellen es ist wie in einer Mikrowelle ich sage es nur ungenau aber es fühlt sich an es werden wie gegrillt auf der einen Seite sehe ich die intensiven Einströmungen über das Portal Sonne auf der anderen Seite sehe ich allerdings auch dass diese Wetter Manipulationen durch elektromagnetische Frequenzen ausgibt also es ist von allen Seiten da sollst du wirklich bei dir sein such dir die Unterstützung bei mir gibt es da wirklich auch Unterstützung in St. Pölten kannst gerne auf powersol.at nachsehen und hier beginnt die Stimmung auch zu kippen in Sachen Zuwanderer aber hier auch enorme Sonnenstürme also diese Sonnenstürme nehmen weitere Ausmaße an das ist das begleitet uns in dieser Woche das wird normal habe ich aber auch im Vorjahr schon erwähnt also diese Sondersündung das was weiß ich was welcher Sonnensturm jetzt wieder da ist das nimmt wieder ab das war nur die anfängliche Euphorie dass wieder mal Polarlichter zu sehen sind und da zeigt sich auch der Zusammenbruch und also der künstlich kreierten Matrix weil es gibt ja da mehrere Felder und das Gemüt und die Seelenpower werden nochmal im Mai hervorkommen also mit Opferhaltung ist dann nichts mehr Juni der Juni ist Heilung der Herzen als würden viele Versöhnungen stattfinden diese Energie zieht sich auch in den Juli hinein als wären Friedensgespräche auch in Anmarsch also auch das neue Samen gelegt werden die Phase Mai, Juni, Juli, August ist der die Samenlegung und in dieser Phase sehe ich eindeutig eine Energie wo der Tisch abgeräumt wird damit man einfach neu beginnen kann und diese Neubeginne sehen diesmal ganz anders aus also das kannst du dir noch gar nicht vorstellen weil die Entwicklung dorthin ist so rasend schnell da bist du noch gar nicht außer du hältst ich bei meinem Prägens Workshop dabei dann kannst du dir das anschauen das ist privat politisch soziokulturell und so weiter aber bereits der August deutet darauf hin dass die Hitze und das Hitzige Gemüt wieder ansteigt die Menschen werden in dieser Zeit zu enormen eindeutigen beobachten also auch wie die Politik agiert und reagiert und so weiter und beginnen zu hinterfragen und zwar sehr eindeutig und sehr kritisch umgeben mit Informationen insbesondere Wetter Finanzen Politik Zuwanderer und hier beginnt die Zäsur enorme Ausmaße anzunehmen auch bei Influencern und YouTubern September bis Dezember ist die Rutschpartie und das habe ich auch gesehen also da flutscht für jene die sehr autark und sehr authentisch sind und wirklich in ihrer Sehnenkraft geht es enorm bergauf also erfolgreich Erweiterung und jene die nicht bei sich sind und insbesondere ein Plagiat sind also viel von anderen sich inspirieren lassen angeblich inspirieren lassen also einfach nur klauen ja da geht es bergab jene die einfach etwas anders vorgaukeln was wirklich ist da geht es bergab also die verschwinden auch aus der Öffentlichkeit in dieser Phase zeigt sich auch die Weiterentwicklung der nächsten 20 Jahre würde ich jetzt mal sagen also da vollendet sich etwas es ist ja auch das Jahr der Vollendung und der Meisterschaft und da zeigt sich wirklich wer Meister seines Faches ist Meister seines Gefühls Meister seiner Emotion das ist ein Meisterschaftsjahr ja meine lieben für das Jahr 2025 sollte man sich energetisch durchaus vorbereiten deshalb nochmal die Empfehlung für Bregenz es wird wirklich sehr schnell es geht sehr schnell voran nicht nur mit den Neuigkeiten sondern deine energetische Entwicklung das unterschätzen sehr viele und das ist nicht nur eine seelische oder emotionale Entwicklung weil die Emotionen brauchen wir auch die werden dann gefestigt in deiner Aura und auch in deiner energetischen Zelle und diese Gefestigung macht dich größer macht dich stärker macht dich weiter und stärkt auch deine hellen Sinne also das ist aufeinander aufgebaut und dann geht es in die Multidimensionalität hinein die jetzt auch Platz findet und stattfindet auch durch diese plötzlichen Ereignisse die Welt noch nicht gesehen hat und die ich bereits erwähnt habe in diesem Video du als Mensch bist sehr kraftvoll du wählst und du kreierst durch deine Energetik und dann setzt du um durch dein Menschsein das heißt das Umsetzungsorgan für den Menschen ist auch der Körper die Physis und alles was menschlich ist die Umsetzung die Kommunikation die Sprache die Taten die du machst tätigst ja das ist Umsetzung und das wird ins Zentrum gerückt in 2025 energetik ist das eine bringst du es als Mensch auf die Erde ist das andere und das ist wesentlich im Jahr 2025 es gibt Meilensteine ja aber wie man diese Meilensteine erfährt und zwar gefühlt das hast du in der Hand ich wünsche dir alles Liebe für das Jahr 2025 und gestalte und kreiere dir deine Erde denn deshalb bist du hierher gekommen alles alles Liebe